Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute spielen wir das Spiel Core, weil ich zusammen mit Yannick und Dave gespielt habe. Ich habe jetzt nur so 30 Minuten Videomaterial, einfach aus dem Grund, weil mein PC nicht besonders viel Leistung hat und einfach nicht so viel aussählt. Ich habe jetzt versucht aus dem 30 Minuten Material, was ich habe, so viel wie möglich rauszuholen. Also drei Spiele, die wir gespielt haben, kann ich euch jetzt zeigen. Und das war es dann auch. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Wo bin ich? Ich glaube, das ist wirklich das letzte Game aller Zeiten. Hallo? Ja, das ist einfach Coin-Summing. Und dann doch springen. Ja, boing, boing, boing. Okay, ich kaufe jetzt fünf Jumps. Warum? So, ich habe tausend Coins. Können wir rausgehen, Jannick? Das ist voll wild das Spiel. Das ist voll krass. Das zündet sich nicht ab. Das ist vielleicht. Was? Guck mal, wie hoch ich sprengel. Ja, guck mal, wie hoch ich sprengel, Leute. Ich bin weg mit euch. Das sieht man nur, dass der Geld ist, sehe ich auch nicht. Ich habe noch 30 Sprünge. Nein. Ich bin über den Wolken. Ganz oben. Gelb. Coins. Lol. Nein. Echt, zurück 11 und das passiert nicht. So, was ist jetzt dieses Velo? Wuuuuh. Einfach froh. Wuuuui. Ja, aber du musst ja, du musst ja die kaufen, die Sprünge. Ja, aber... So, was gibt es denn sonst? Quest komplett. Hallo? Leid, ja, möchtest du mal kurz aufhinsetzen? Ich habe nur einen Punch. Ja? Ja, vielen schönen Entscheinen. Ich habe jetzt 91 Jumps und komme nicht zuerst. Ich muss fünf, äh, kriminelle verprügeln im Park, okay. Ich habe jetzt 9000 Points, damit kann ich mir einige Jumps bauen, oder? Janik ist auch schon links bei mir. Ich schaue dir nochmal, ich gehe da rein, komm. Ich habe mir alles, was geht, Alter. 171 Jumps. Jetzt geht's los, Janik. Ich glaube in dich. Alter, leert hast du den Simulator, oh, oh. Okay, ich trainiere das Punchen, ich trainiere es. Alter, dieser Ton geht ja einem hart. Komm, Janik, wir machen den Boxsack fertig. So, fahrt mal XP, Leute. So, jetzt habe ich Punkte da unten gesammelt, das sehe ich. Ah, damit kann ich mir jetzt Abilities holen. Äh. Gerne ein bisschen mehr Stärke. Ich mache jetzt mal alles auf 5. Alter, Leute. Oh, Alter. What? Und dann gehe ich erstmal auf Agility. Und dann bekommst du ja auch. Ach, ich kann eine Party machen. Hm. Äh, wie mache ich das denn jetzt? Ich versuche noch zur zweiten Plattform zu kommen. Ich mache mal die Party auf 3. Ich hervig. Halt, ich bin was da. Ach so, man muss erst Level 20 sein, damit man eine Party machen kann. Okay. Das heißt, komm her, Boxsack. Janik! Ich bin fast da. Ich bin fast da. Ja, wohl, David. Okay, wo sind denn diese Schläger? Also 171 Theorie beschreiten. Und wo ist der All-Mark-Park, wo ist Janik gestorben? Wer hat dich umgebracht? Ich komme gleich zu euch. Warum nicht der Spruch? Einen Moment, ich muss mir nur noch ein paar Jumps klauen. Fürs nächste Mal. Ich habe nur 31.800. Okay, im All-Mark-Park. Also ich hätte jetzt theoretisch 400... Irgendwo hier müssen noch diese Typen sein. Ach, da ist er. Ich schlag dich K.O. Er ist nur zu euch. Janik, hilf mir. Janik, hilf mir! neverwhatvadverscholé 국-3 Masse. Ich gehe jetzt mal eben kurz nepp aufs Netz. Warum hat das College-Klima. also falsche taste falsche taste so kann ich jetzt einen von dem besiegen muss level 20 eine gruppe machen das heißt so schaffe ich jetzt den zu besiegen so ich habe ich habe es geschafft das ist auch nicht so dass wir da habe ich einmal reingeguckt ja nichts tut ja ich habe es schon ausprobiert ist es nicht so gleich meine gute sind halt dinge die die von core vorgegeben werden die benutzen kannst oder du wicke jetzt drin im spiel ja wir können doch drüber reden wir können drüber reden ja ich bin tot aber wir werden die london werden die runde noch war müssen erst erwarten vielleicht darf ich auch töten ich habe schon gewonnen bevor es los ging ich habe ich habe sogar was bekommen dafür so was bin ich jetzt kann ich das kann ich das team wechseln das ist ja so simpel das hat gar nicht mehr so wir geschafft haben ja eben ah ok wir sind unter shop alert äh hit zero not zero to access to stop ach so null musst du drücken ja ok aber ich drücke null und es passiert nix du musst o drücken doch wie werde ich denn zum prop überhaupt hallo wie werde ich denn zu wie werde ich denn zu einem gegenstand gar nicht ich konnte ich konnte kann ich irgendwie auswählen was ich werden will nee ihr seid ihr ihr seid die gegenstände nicht ich ich darf euch töten so der ich jetzt gibt's rache für die palette von gestern jetzt gibt's rache für die palette ich habe ich habe drei waffen dahin habe ich doch schon was sich bewegen sehen ok eine schrotflinte ok fall scheinen gibt es nicht ich werde mich niemals finden aber man kann sich nicht unendlich viel mal verwandeln ja ok wo sind die wo sind die schweine ich finde sie was ist denn g ich habe eine granate danke dass du mich drauf gebracht hast ok das ist kein lebewesen warum kann ich nicht warum muss ich über die eine stufe drüber das kann man halt mit anderen zusammen gut spielen das finde ich so bro ich sehe da was laufen du ich sehe gar nichts ich sitze hier und warte ab ja ich habe was gefunden oh Yannick ist so muahaha muahaha ich wollte eigentlich den anderen ich habe keinen kleinen Gegenstand bekommen der war eine Toilette ich bin der einzig Wahre ne F11 ist der einzig Wahre ich sag wie du es ist so wo ist denn der ok das ist er nicht ich suche ja ne kannst du mir einen Tipp geben oh hallo ne ne schon wir sind auf der Map wahrscheinlich ja toll sagen sie so ich bin das unscheinbarste etwas könnt ihr eigentlich auch diese Säule da sein ich gucke mal so und mach mich lieber lustig danke ey ich habe dich umgebracht also ich würde mich nie so sehr lustig machen ja ich durfte mich auch nicht vernünftig verstecken wo ist der denn kannst du auch ein Kaktus sein du wirst mich nie hä hä ich habe das gefühl da macht sich einer über mich lustig ich will schießen ich habe doch schon einen gefunden das ist doch mein Opfer 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 David David da ist noch zwei Kollegen ich lebe doch du ich lebe doch du dann machst du das gut ich mach doch nichts gut das kann ich das du sein anf... das ist 10 Sekunden nein keine Muni dein Anfang hat nichts gesehen ich sehe ihn doch ...der wurde natürlich der ganze.. läuft durchgehend das hat es aber geschafft l den einzig den ich tot sehen wollte Aber wenigstens Janik habe ich umgebracht. Wie hat der das mit dem Huhn gemacht? So, das war es mit dem Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß damit. Fragt mich jetzt nicht, ob ein neuer Part dazu noch kommt. Höchstwahrscheinlich nicht. Ich brauche erstmal einen neuen PC und das ist nicht billig. Ansonsten, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da und wir sehen uns beim nächsten Video.